Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei RetoGamble. Heute ist Dienstag, deswegen spiele ich Days After und ich wünsche euch viel Spaß. Okay, ich werde jetzt einmal kurz zur Brücke laufen, danach werde ich mal wieder in der Mine laufen und heute werde ich die Mine aber schaffen, bestimmt. Okay, let's go. Ich nehme den hier, könnte ich später noch mal gebrauchen. Nein, ich nehme die Angelegenheit. No more whites? Stone! Na ja, hier vorne bei der Brücke ist es doch egal. Das ist doch egal. Ok. So. Dann sind wir gleich schon wieder hier mit fertig. Oh. Schuhe auch kaputt. Muss mal gucken. Ob es vielleicht auch hier Schuhe drin gibt. Oder eine Mütze. Na Handschuhe gibt es. Ich suche aber Schuhe. Keine Handschuhe. Oh. Oh. auch nicht hier hier vielleicht das ist wieder noch eine Mütze hier 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 Das war's für heute. Was ist der Knopf? Den wollte ich drücken. Nee, 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 nee. Na, Mütze. Perfekt. Und wir komplett ausgerüstet. Easy going. Oh, jetzt noch die zwei Leintenkillen. Wildschwein und Zombie. Das war's. Jetzt werde ich mir die Sachen mitnehmen. Ah, da war's. Holz gewesen. Holz lassen wir hier. Oh, ich hab den Wolf nicht richtig gelootet. Warte, hü. Holz nehmen wir mal hier mit. Da muss ich nach oben nicht mehr hinlaufen. Und ich nehm hier die Farbe mit. Ich kann nochmal nachschauen, ob ich was vielleicht stapeln kann. Ja. Fell. Gut, dann will ich hier gleich nochmal zweimal rüberlaufen, um den Rest alles hier abzuholen. Und da geht's weiter in der Mine. Bis gleich. Und los geht es. Ich bin wieder in der Mine. Heute werde ich's aber fertig machen. Ich hab eine Stunde Zeit. Warte mal, lass mal schnell. Ich hab meinen Waffenhocker nicht ausgerüstet. Nochmal rausrennen, wieder reinrennen. Aber nur ein Festlauf. Okay. Erstmal klein machen. So, jetzt ausrüsten wir. Zack. Zack. Ah, warum hab ich nen Diva verdrünnen? Nein. Die sich ist besser. So. So. Oh, was hab ich vergessen. Ein Verbandsmaterial hab ich nicht mehr. Ich wollte das mitnehmen wegen Radioaktivität, ne? Naja, was soll's. Wir werden das schaffen. Aber nicht gleich beim ersten Mal. Erstmal alles mit. Falls wir sterben sollten. Das ist ja normal. Ich kann ja mal hier schön mit Wurfmesser bewerfen. Das ist ja normal. Das ist mir schon ein bisschen knapper jetzt. Ich habe vergessen, wie schwer das hier war. Okay, boys, komm her. Okay, boys, komm her. Was trinken. Hier hinten war nichts mehr. Manchmal ist hier so eine versteckte Kiste. Manchmal. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay, er ist stehen geblieben. No. Ist. Zubi. wenn wir das alles mit mal was trinken hier schon mal einer weniger da oben bei dem feuerzahn wieder der ist nicht gut für mich nein ich dachte ich kriegte noch kaputt bevor er mich kaputt kriegt okay wieder hier weiter geht's die sache mit knoppen diesmal habe ich verbandsmaterial hergestellt macht nicht viel schaden aber ist schnell die waffe nicht mehr sagt dann ist er englisch Was ist das? Oh, schon fast dort, 3 HP noch, Handschuhe ziehen, schon wieder so knapp, schon wieder so knapp. So, jetzt aber, ich hoffe da kommt kein zum Feuerzombie mehr. Und was trinken? Ist er, ist auch noch gleich hier. Ach, das war eine Rehe. Gut, ja, ist einfach abgeschlossen. Kleiner, den kriege ich auch noch so fertig. Ich muss noch was trinken. Fangen bei dir, oder? Aber so ist es das Beste. Okay. Okay. Genau so soll es sein. Ähm, wir packen erstmal das Trinken weg. So, haben das Rohr mitgenommen. So. 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 Zwei Sachen wegpacken. Ich schaff wieder nur das Vorgebirge. Dem Vorraum vor der Mine. Wegen der Zeit mäßig. Nein! Ach, muss ich den Stein nicht holen. Stein rüber. Da ist noch einer. Okay. Oh weia. So ein schneller. Oh. Oh. Puh. Da mal reinschauen. Was packen wir weg? Wir gehen mal weg hier. Das war's. Alles vermisst im Vorgebirge weg. Das heißt, ich werde jetzt hier einmal kurz alles abfahren. Kommt gleich wieder. Okay. Okay. Ich schon. Hm. Gut, dann müssen wir kurz mit der Axt und auf den Hammer wiederkommen. Damit ich hier alles abfahren kann. Gut. Let's go. Bis gleich. Ich bin immer noch hier im Vorgebirge. Aber ich werde euch mal sagen, ich schaffe mal wieder nicht mehr. Von der Zeit her jetzt. Obwohl, das war's ja auch die Zeit. Nächstes Mal fange ich direkt nur hier in der Mine an. Und. Mache dann extra nur die Mine. Ist glaube ich das Beste. Dann habe ich am meisten Zeit. Ich werde jetzt noch hier einmal kurz alles abfarmen. Und. Ja. Und dann bin ich auch schon wieder fertig. Und dann muss ich auch schon wieder. Los zur Arbeit. Mhm. Ja. Na gut. Ich denke, das wollt ihr euch nicht mehr mit anschauen. Dass wir sage ich mal. Dankeschön für Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao.